Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 4. April. Heute haben wir dabei Snapchat, Twitter, Facebook, MySpace und E-Scooter. Beginnen tun wir mit Snapchat. Die haben ein neues Feature anscheinend am Start, und zwar ein Check-In-System für ihre Snap-Map. Dort kann man dann an Orten einchecken und das auch direkt als Status mit einem Bitmoji zusammen posten. Und da mit einher geht auch eine Passport-Funktion, also eine Art Reisepass, wo man dann sammeln kann, wo man alles so war und eingeschickt hat. Und das kann man nur selber sehen. Das auf der Snap-Map ist dann natürlich auch für die Freunde einsehbar. Die Funktion wird jetzt irgendwie dieser Tagewohl freigeschaltet, also schaut mal rein, wenn ihr Snapchat noch nutzt, ob ihr das habt. Ob ihr das braucht, ist eine andere Sache. Was man aber auf jeden Fall braucht, ist einfachere Funktionen bei Twitter, wenn man gesperrt wird. Denn das kann ja schnell passieren. Wir hatten ja erst vor kurzem die Info, dass das jetzt auch einfacher zu melden ist, Verstöße auf Twitter, und dann entsprechend auch schneller mal jemand gesperrt wird. Und manchmal passiert sowas natürlich auch ungerechtfertigt. Und bislang war es immer sehr müßig, das zu entheben, also zu widersprechen, und Twitter kümmert sich. Das soll man jetzt in Zukunft direkt in der App machen können. Und damit verspricht sich Twitter einen schnelleren Ablauf von bis zu 60 Prozent gegen auch entsprechend ungerechtfertigte Sperrungen. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Facebook. Die haben immer noch Windows-Apps, also Windows-Apps für Windows-Phone. Und Windows-Phone ist ja eigentlich schon Vergangenheit. Da wird ja nichts mehr produziert. Das ist ja abgefrühstückt. Aber trotzdem, viele Leute benutzen noch ein Windows-Phone und haben auch Facebook und deren Apps auf dem Telefon. Ja, aber weil es eine tote Plattform ist, hat Facebook jetzt angekündigt, dass sie alle ihre Apps, sprich, das bedeutet dann auch zum Beispiel Instagram, den Messenger, am 30. April, wie gesagt, aus dem App-Store nehmen von Windows-Phones und die dort auf den Geräten dann auch löschen. Ja, das macht durchaus Sinn, denn wahrscheinlich wird Facebook auch keine Energie mehr da reinstecken, da noch irgendwelche zum Beispiel Sicherheits-Updates zu machen, wenn das überhaupt noch möglich ist. Und dementsprechend müssen Leute, die noch ein Windows-Phone nutzen, dann eben auf dem Browser ausweichen und übers Web Facebook und Instagram nutzen. Bislang waren Facebook, Instagram und der Messenger auch alle unter den topfreien Angeboten im Microsoft-Store. Aber das ist dann ja auch Vergangenheit. Was auch ein bisschen Vergangenheit ist, da hatten wir auch darüber berichtet, dass MySpace, das ehemalige große soziale Netzwerk, ganz beliebt auch bei Musikern, dass die aus Versehen Millionen von Liedern gelöscht haben, die zwischen 2003 und 2015 auf der Plattform gepostet worden sind. Und jetzt kommt das Internet Archive zur Hilfe. Das ist ja so ein Dienst, der alles mögliche im Internet archiviert. Und die haben 450.000 Lieder, die mal ehemals aufs MySpace waren, gerettet, beziehungsweise noch gespeichert in ihrem Archiv. Und die nennen das den MySpace Music Dragon Horde. So, also vielleicht haben ein paar Leute noch Glück oder ein paar Musiker, die finden da ihr Lied wieder. Alle anderen können einfach so reinschauen. Und da sind auch, ja, früher arbeiten worden zum Beispiel Katy Perry dabei. So, das letzte Thema für heute ist erstmal eine gute Nachricht. Aber da kann man auch mal noch zwischen den Zeilen lesen. Die Bundesregierung, die macht endlich den Weg frei für die E-Scooter, also die E-Träte-Roller. Und der Bundesrat muss das Gesetz am 17. Mai noch abnicken. Und dann sind die legal. Es gibt zwei verschiedene Varianten in dem Gesetz. Einmal geht es um Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit von weniger als 12 kmh. Und dann welche von über 12 kmh bis, ja, wahrscheinlich um die 20. Und die kleineren, die sollen auf, ja, Fußwegen und Fußgenerationen fahren dürfen. Und die großen, die müssen grundsätzlich Radwege nehmen. Und wenn die Radwege nicht da sind, entsprechend auf die Straße ausweichen. Und beim großen gibt es halt auch noch das Mindestalter von 14 Jahren. Aber keine Helmpflicht und kein anderes Tralala. Ja, das ist erstmal ganz gut. Eigentlich hätte sowas viel schneller und einfacher passieren sollen. Denn im Prinzip einfach alles wie ein Fahrrad behandeln. Dann müsste das funktionieren. Aber interessanterweise geht es in der Verordnung eben nur um die E-Träte-Roller. Also Fahrzeuge mit einer Lenk- und Haltestange. Damit sind Hoverboards und Elektroskateboards, die mich ja auch gerade noch interessieren, alle erstmal raus. Und für die gibt es immer noch keine Regelung. Und die sind immer noch illegal. Also, ja, kleine Schritte. Warten wir auf den ersten Schritt am 17. Mai. Und ja, vielleicht hole ich mir in der Übergangsweise doch noch einen E-Träte-Rollaus-Spaß für den Sommer. Naja, das war es jedenfalls für heute. Ich wünsche euch einen guten Donnerstag. Bleibt positiv und hört zum Ende der Woche morgen doch nochmal rein. Ja, bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.